Ich hoffe, ihr macht mit. Das ist interaktiv. Das ist richtig gut. Hallo, liebe Freunde und guten Gameplays. Ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ. Durchgezockt und schön, dass du wieder hier bist. Und herzlich willkommen zu diesem Teil. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten für diese Mistöle hier, für diesen Hund hier. Na, also, warum ich den Köder um die Ecke bringen wollte, das habe ich ja im ersten Teil schon angekündigt. Und heute eine weitere Möglichkeit. Und das ist richtig gut. Ihr könnt mitentscheiden. Du da draußen, ihr seid die Leute, die die Macht haben. Ihr könnt sagen, welches Mordinstrument ich für die Kleine hier benutze. Und zwar durch das Video mit den meisten Likes. Und dann fangen wir da mal an. Ich gucke mal eben kurz. Ich habe heute beschlossen, wenn ich jetzt hier mal den richtigen Boser finde. Ich habe heute beschlossen. Und dann, ich stelle euch mal einen Spaten vor. Amazon. Da kriegt man alle Mordsinstrumente. Oh, heute hat der Watch. Wusste ich gerade. Da kriegt man alle uns Spaten. 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 Da bin ich am überlegen, wo sollte ich den klassischen Spaten nehmen? Wo ist er denn? Jetzt fang schon mal. Ja, den klassischen Gartenspaten. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Oder soll ich mal ganz spontan sein und hier einen Klappspaten nehmen? Das ist doch mal ein schöner Klappspaten. Da war doch einer. Ist das ein Klappspaten? Silverline. Wo ist Klappspaten? Ja, das müsst ihr entscheiden. Falls ihr für einen Spaten seid. Normaler Spaten oder ein Klappspaten. Ja, das sieht doch schön aus. Das wär's doch. Also wie immer. Und... Ja, hallo liebe Freunde. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr wisst ja natürlich, dass ich ja niemals einen Spaten auf den Kleinen hauen würde. Oder die Kleine. Ist ja ein Hündin. Aber der Hund. Und heute mal eine andere Leckerli. Und zwar... Auch hier, die weiß genau, was dahinter ist. Wiener Würstchen, Trutern, Wiener. Leider kann ich hier keine ganze Wurst nehmen. Ich glaub, das wäre zu viel. Ja, lass mich die doch erst mal aufmachen. Ganz... Geiler. Boah, die stinkt, ne? Die stinkt. Ich ruhig noch mal hier. So lang ist so eine Wurst, ne? Und die will das auch gerne haben. Guck her. Ja, komm her. Ja. Das hat sie ja gerne. Nochmal? Noch ein Stückchen? Noch ein Stückchen? Ja, ihr Opa, der leider nicht mehr kann, aber der hat hier immer quasi Würstchen mitgebracht. Das kennst du. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ne? Und sie fährt da total drauf. Also, wenn du dafür bist, dass die Kleine Truternwiener Würstchen kriegt, ne? Truternwürstchen. Dann für dieses Video Daumen nach oben. Und am 31. in Hangouts wird sie das genießen können. Also, nochmal. Daumen hoch für Truternwiener Würstchen. Ne? Ja. Sag mal in der Kamera. Ne? Ja. Und ich kann nur noch am Schluss sagen, ich bin Alex Botes. Das ist mein Hündchen Geier. Und wir sind für euch immer da. Und schaut mal wieder ein, wenn es heißt. Kamera gucken. Ja. Schau mal ein, wenn es heißt. Ja, so ist gut. Durchgezockt. Zocken mit Leidenschaft. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geil, geil, geile Socke. Ich bin ja. Ja. Das ist gut.